... ... ... Metal-Leute! Servus und herzlich willkommen! Obst, mir ist gar nicht aufgefallen, dass ich heute meinen Arbeitspulli anhabe! Was?! Warum denn?! Hallihallo und einen wunderschönen Mittwoch und damit Bergfest! Liebe Kaspar, Kasparinnen, Kasprins, Kaspris, Kasparnde, Kasprinus, Kaspronauten, 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 und sparsame Sparkelspotter aus Sprokhöbel. Es gibt einen Ort, der Sprokhöbel heißt. Da muss ich unbedingt mal hin. Mein Name ist Arbeitspulli und die Leute sagen immer... Der sogenannte Vater-Jan-Park ist mein Unterangerhäuzel. Genau, das gehört nämlich dem Herrn Ökonomierat. Ihr kennt ihn alle, der Guts- und Brauerei-Besitzer da hier. Josef Reustl vom Königlich-Bayerischen Amtsgericht. Ja, wir haben Bergfest. Das bedeutet normalerweise, ein Grund zu feiern, aber nicht bei uns, denn Mittwoch ist Kohlerbärchentag und damit machen wir auch heute wieder weiter, denn Traditionen sind dazu da, dass man sie entweder fortführt oder damit aufhört oder was ganz anderes macht. Es sei denn, es ist Montag, dann kommt immer der Dragon Monday. Da ist auf Bumsti auf jeden Fall Verlass. Wo waren wir beim letzten Mal stehen geblieben? Ich hatte es schon erfolgreich verdrängt, deswegen musste ich mir die letzte Folge nochmal stichpunktartig reinziehen. Bumsti war ein bisschen sauer, weil er meinte, er bekommt nicht genug Aufmerksamkeit von seinem Bärchen. Er hat ja erzählt, dass er mit einem Typen rumgeknattert hat, woraufhin sie ihm erstmal erklärt hat, dass das mit dem Treffen jetzt auch erstmal nichts werden kann, denn nach einer Knatterrei braucht man einen neuen Test und da muss man ein paar Wochen warten, bis man den Test machen kann. Das fand er dann auch nicht ganz so schön. Dann war er nicht so ganz gut drauf, denn ein Hater stand bei ihm vor der Tür, also vor dem Tor, hat sich mit ihm unterhalten und Bumsti fühlte sich genötigt, mal die Plastik-Jogginghose runterzulassen. Ihr kennt die Story alle mit dem Kind im Auto, das war zu diesem Zeitpunkt, da war er nicht ganz so gut drauf. Und ja, dann hat er noch ein anderes Bärchen, mit dem hat er geschrieben und bei ihr schön über das Cola-Bärchen abgelistert. Und das war es eigentlich von dem, was wir zuletzt hatten. Dann würde ich sagen, steigen wir direkt da wieder ein und gucken, wie das Elend weitergeht. Ich bin jetzt schon völlig begeistert. Achtung, es geht los, 3, 2, 1 und auf geht's. Ich arbeite im Moment nicht wegen krank, muss erstmal gesund werden. Okay, na dann, gute Besserung meine kleine Maus. Und triffst du dich heute oder Donnerstag mit der Frau? Wie kommst du auf heute oder Donnerstag? Ich weiß nicht, ob ich mich mit ihr überhaupt treffe. Du meintest wahrscheinlich Dienstag oder Donnerstag, wenn ich mich recht erinnere. Wenn ich mich recht erinnere, sagte ich irgendwann nächste Woche. Weil es Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag sein kann. Äh, ich weiß nicht, ob ich mich mit ihr überhaupt treffe. Mal schauen. Und was ist mit dir? Hast du dich jetzt in der Zwischenzeit mit jemandem getroffen? In der Zwischenzeit nicht, aber ich habe am Wochenende ein Shooting. Und das ist mit einem Paar, das schon öfter bei mir war. Und das letzte Mal waren wir essen und hinterher lief da was. Oh, sie waren essen so richtig auswärts. Das wäre ja auch mal was für Bumsti, aber ich glaube kaum, dass sie den... Könnt ihr euch vorstellen, dass er in ein Restaurant reingelassen wird? Also in richtiges, jetzt nicht so eine Schnellabfertigungs-Futterbude, sondern ein richtiges Restaurant, wo es noch Kellner gibt, die an den Tisch kommen, wo die Leute mit Besteck essen, teilweise sogar noch Servietten auf den Tisch legen. Kann man das überhaupt nicht vorstellen. Es könnte durchaus sein, dass da wieder was geht. Kriegst du die Woche dein Auto? Ähm, ich denke, ich kriege die Woche mein Auto, ja. Ich denke die nächsten Tage. Ich weiß auch nicht, ob ich es direkt anmelden kann, weil es kostet ja alles Geld. Ähm, aber kriegen tue ich es auf jeden Fall schon mal. Und ähm... Ja, und was denn, Reini? Was genau lief denn da? Kannst du mir doch mal ein paar Einzelheiten sagen? Ja, das würde mich interessieren. Oh... Und wir wissen ja alle ganz genau, was er dann tut, während er die Nachricht abhört. Auf jeden Fall, wenn du mir den wirklich weggehst oder so oder was machst, sag's mir bitte, ne? Ja, und schick ihm am besten auch noch ein paar Bilder davon. Naja, der Typ ist dominant und sie auch devot genauso wie ich. Naja, ich kann's dir gerne hinterher erzählen und ich sag's dir jetzt. Wahrscheinlich habe ich dann wieder einen Dreier. Hm, würde ich gerne mitkommen. Kannst du. Dann ist es aber kein Dreier mehr, Reini. Gut, Zahlen war noch nie so sein Ding. Ich hatte im Lotto schon dreimal Dreier, war eigentlich immer ganz nett. Kannst du gerne nach Köln kommen? Wenig könnte, würde ich. Rainer, du, es gibt solche Dinger, du kannst das nicht wissen. Das nennt sich öffentliche Verkehrsmittel. Damit kann man auch, wenn der Rote Rudi noch nicht angemeldet ist, bis Köln fahren. Das ist erstaunlich, aber es geht. Mein neues Spielzeug. Komm doch einfach mit. Scheiß doch einfach mal auf alles. Das brauchst du ihm so nicht zu sagen, das macht er beim Kackduschen eh immer. Und auch sonst, also wenn er zum Beispiel Steuererklärung macht oder Strom bezahlen soll oder seine Krankenkasse. Er sagt, dass ich immer komme. Scheiß drauf. Und wie komme ich nach Köln? Mit dem Zug. Bahn oder Auto? Und du kannst bei mir schlafen. Und ich lade dich dann zum Essen ein. Mein Problem ist, selbst wen ich das Auto habe und auch anmelden kann, mit bleibt diesen und nächsten Monat nicht viel über. Es sei denn, ich gewinne im Lotto oder bekomme überraschend mehr als erwartet. Ansonsten kann ich dir auch was dazugeben zum Sprit, wenn das hilft. Deine Bahnkarten könnte ich bei der Arbeit einreichen. Oh, das ist aber kriminell. Wir können ja nicht kontrollieren, wer gefahren ist. Und ich bekomme die als Kundentermin erstattet. Zumindest eine Strecke. Ansonsten, Flixbus ist billig. Echt günstig. Und ich hole dich ab und bring dich weg. Ich glaube, im Flixbus hat man sogar WLAN, oder? Entschuldigung, dass ich mich jetzt erst melde. Ich habe gerade eine Lieferung bekommen von Essen und Trinken und so. Er hat kein Geld, aber lässt sich Essen und Trinken liefern. Ja, nee. Warum auch nicht, Reini? Also, man muss schon Prioritäten haben. Bevor man jetzt irgendwie was zur Seite legt und zu seiner Freundin fährt. Ja, warum sollte man sich dann nicht Fressi und Saufi kommen lassen, anstatt sich die Scheiße selbst zu holen? Kriege ich meistens Montag, Dienstag. Achso, hier, von Tante Marion. Okay, ich dachte, jetzt hätte es sich wieder bei Cino was bestellt. Das Problem ist, dass ich, selbst wenn ich jetzt das Auto die Woche noch kriege, ich werde es die Woche noch mal anmelden oder ummelden können. Es ist zwar angemeldet auf meinen Kumpel, aber das kann ich schlecht machen, dass ich das, wie heißt, dass ich mit dem Auto von meinem Kumpel nach Köln fahre, das haut halt hin. Ja, dann fahr halt mit dem Zug. Im Skirchen hat man einen Bahnhof. Und außerdem weiß ich nicht, wie das mit dem Geld funktioniert im Monat. Also selbst wenn ich mit dem Zug fahren würde, hätte ich die Kohle nicht dafür. Und das ist ja nicht gerade billig nach Köln. Glaub mir, ich würde echt gerne zu dir kommen. Wenn ich sage, ich habe kein Geld, meine ich, ich habe keins. Und ich weiß nicht mal, wie ich die nächsten zwei Wochen Strom zahlen soll. Oh, wie kommt's? Geld könnte ich dir auch wiedergeben. Das ist ja nun wirklich nicht viel. Da bezahle ich beim Essen mehr. Ja, Rainer, wie kommt's? Er hat doch immer damit angegeben, dass er so unfassbar viel Kohle verdient auf YouTube. Er verdient auf YouTube im Monat mehr als alle Hater in ihrem ganzen Leben zusammen. Und dann reist er nicht mehr für eine Fahrt nach Köln. Es gibt bestimmt ein paar Hater, die könnten sich eine Fahrt nach Köln leisten. Sogar welche, die nicht selbst in Köln wohnen. Also die wirklich von außerhalb zum Teil zweistellige Kilometerstrecken zurücklegen müssten. Gibt's bestimmt. Mein Strom geht scheuen wegen meiner Arbeit vor. Naja, ich verdiene nicht so viel wegen der verkackten BLM. Ach ja, genau, da war ja die BLM Staffel gerade. Ja, Rainer, du hättest Videos machen können ohne Ende. Gibt's Probleme mit meinen Finanzen. Logisch, oder? Ach so, weil du ja auch mit dem Mädel in diese eine Location wolltest. Die war ja auch nicht billig. Und Geld für'n Flixbus kann ich dir wiedergeben. Das ist echt günstig für uns. Was? Welche Location? Wenn du das mit dem Palm Beach meinst, der wollte nicht Och, sondern Sie hin. Und ich habe ihr abgesagt aus dem selben Grund, warum ich nicht zu dir kann. Das Geld fehlt. Sie meinte, sie will die nächste Woche mal ins Palm Beach. Das. Das sage ich ja auch. Ich habe ihr aus dem gleichen Grund abgesagt, wie ich dir absagen muss. Ich habe keine Kohle. Und es wird auch die nächsten ein, zwei Monate so bleiben. Es sei denn, ich schaffe es, dass ich meine finanzielle Lage besser in den Griff kriege, dass ich mehr verdiene wieder. Ja, dann müsstest du halt einfach mehr Videos machen, Rainer. Wenn du nicht streamen darfst, Videos hat ja die BLM nicht verboten. Das wäre gar kein Problem gewesen. Aber das hätte natürlich wieder Arbeit bedeutet. So ein Band-Stream als Video, das geht natürlich auch nicht. Dass er sich einfach ein paar Stunden hinsetzt, auf die Couch sich dabei filmt, wie er Musik hört und das dann als Video hochlädt. Ne, ich glaube, das hätte nicht so gut funktioniert. Da fehlte dann die Interaktion mit den Zuschauern. Dieses permanente irgendein Kommentar halb lesen und die andere Hälfte sich dazuren, kann dann was komplett anderes verstehen als das, was da steht. Und die Leute anbluffen und blocken und bannen. Ach, das war immer schön, diese Streams von ihm. Da hat man richtig gemerkt, was für ein netter, entspannter und professioneller Streamer er ist. Also manchmal habe ich ja echt das Gefühl, er will nicht hin, weil er Bammel hat. Also er hat, äh, kommt mir manchmal so vor, er hat Schiss davor, dass wirklich was draus wird. Ja, und er dann versagt, wie bei allem. Es würde nur funktionieren, wenn ich wieder normale Streams machen kann, was ich nicht kann. Ja, du hast noch nie normale Streams gemacht, weil du es nicht kannst. Du hast immer nur diesen Quatsch gemacht, wo du irgendwo rumsitzt und die Leute beleidigst. Ansonsten Angebot steht, ich lade dich gerne ein, was die Tickets angeht. Ja, allerdings habe ich gerade festgestellt, dass meine Kohle weniger ist, als ich gedacht habe. Ich habe jetzt bloß noch 90 Euro auf dem Konto. Und, ähm, das bedeutet, ich habe nicht mehr genug Kohle, um mir das Auto zu holen, den Monat. Also im Moment ist, ist ein liebes Angebot von dir und ich, ich mag das, ich liebe das echt, dass du das so machst. Aber das Problem ist, äh, oder dass du mir das anbietest. Aber ich kann das leider nicht annehmen, weil es funktioniert im Moment nicht. Ich habe wirklich Probleme im Moment damit. Wegen dieser scheiß BLM-Rundfunklizenzgeschichte habe ich da echt Probleme mit meiner Kohle im Moment. Und muss gucken, dass ich jeden Cent dreimal umdrehe, bevor ich was mache. Äh, ich habe es gerade bei meiner Sparkasse angerufen, weil ich wissen wollte, ob meine Kohle drauf ist. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass, wie gesagt, was 90 Euro von 200 drauf sind, die ich überwiesen habe, weil ich im Minus war, von dem ich nichts wusste. Wäre aber schon gut, wenn man seinen Kontostand den ungefähr kennt, Reini. Hat der kein Homebanking? Also habe ich sogar noch weniger. Was machst du Schönes, meine kleine geile Maus? Hab dich übrigens umbenannt im Handy. Wie heiße ich bei dir eigentlich? Äh, Bumsdi? Hey, ich bin noch etwas krank. Hab gerade gegessen und bin total schlapp und müde. Äh, Sekunde, mach dir einen Screenshot. Hab dich lieb, Kleine. Oh nein, nicht Reinerle. Hahaha. Oh, was ist damit? Fand das süß. Hat deine Ex das gesagt? Ich mag Reinerle nicht. Das sagen die Hater immer, um mich zu ärgern. Und in der Schule früher die Kids auch. Ich dachte in der Schule, die haben immer Drache zu dir gesagt, weil du so groß und stark bist und Schuppen hast und Feuer spuckst. Oh, willst du reden? Oh, tut mir leid. Das wusste ich nicht. Würde dich gerne mal sehen. Ne, alles gut. Ne, äh, verklickt. Schade. Würde dich gerne auf meinen Schoß setzen und mit dir bissle schmusen. Boah, mir ist jetzt schlecht. Mein Internet ist zu Hause Katastrophe, leider. Haben seit Wochen Ausfälle mit der Glasfaser. Scheiß Telekom. Okay, bei mir läuft alles zum Glück. Hab übrigens gestern von dir geträumt. Und der Pesser von uns. Oh, was denn? Ja, wahrscheinlich, also ich rate mal. Wahrscheinlich hat er geträumt, dass sie beide auf dem Weg zur Arbeit sind, also in die Fabrik und sich unterwegs überlegen, gehen wir heute Abend ins Kino oder ins Theater oder zum Fußball oder selbst zum Sport oder sowas. Waren bei mir hinten im Garten gelegen, waren nackt, weil wir gerade aus dem Pool gestiegen sind und waren einfach nebeneinander auf einer Decke in der Sonne gelegen und haben gekuschelt. Oder so, ja. Das wäre dann meine zweite Idee gewesen. Würde dich echt gerne im Arm halten gerade. Ah, wissen die, dass du ne Freundin hast? Äh, ich weiß nicht, ob die wissen, dass ich ne Freundin hab, aber auf dem einen Kanal, hab ich dir ja schon gesagt, hab ich sie eingegeben als offene Beziehung. Und spätestens, wenn nicht, wissen sie es jetzt, weil ich jetzt mitten im Stream bin und das gerade mit dir bespreche. Ich denke, du darfst nicht streamen, Reiner Löhre. Und ich steh im lila Regen, ich will ein Feuerstarter sein. Whitney wird mich immer lieben und Michael lässt uns nicht allein. Musste das jetzt auch noch sein, dass er singt? Ich mein, äh, seine komischen Snoo-Snoo-Fantasien sind ja nun wirklich schon ekelhaft genug, aber wenn er dann auch noch anfängt zu singen. Und dann noch dieses doofe Lied. Jetzt mal ganz ehrlich, bei diesem Lied, äh, da erzählt ja dieser, wenn wir ihn mal Sänger, von seiner Kindheit und Jugend, was er da an toller Musik gehört hat und wie die ihn geprägt hat. Und bei diesem Lied hab ich mich immer gefragt, okay, ähm, all diese tolle Musik hatte ich geprägt und selbst machst du jetzt so eine langweilige Kacke. Jetzt passt doch wieder vorne und hinten nicht zusammen. Jetzt mal ganz unter uns. Äh, Reiner, mach du mal weiter. Magst du nicht doch nach Köln kommen? Glaub mir, ich würde, aber die Kohle fehlt. Echt, ich weiß nicht mal, wie ich meine Rechnungen zahle diesen Monat. Seit wann zahlt er Rechnungen? Reiner, das hat dich doch noch nie interessiert. Naja, sie kann nicht. Ka, ich denke, ich hab auf die keinen Bock mehr im Moment. Das nervt wie Sau. Gut, letzte Woche war sie krank, das verstehe ich und kann ich nachvollziehen. Aber so hinhalten brauch ich nicht. Ich hoffe, du fühlst dich nicht von mir hingehalten. Ich komme hier nur aktuell nicht weg. Ich würde dir die Fahrt echt zurückgeben mit dem Flixbus. Hätte dich gern bei dem Dreier dabei. Nee, darum geht es bei uns ja nicht. Und ich würde wetten, das andere Paar, das hätte ihn auch gern bei dem Dreier dabei. Stellt euch mal vor, ihr habt da irgendwie ein Shooting mit einer Fotografin. Und bis zu danach gibt es dann gelegentlich auch einen schicken Dreier. Und dann kommt die und schleppt unseren Bongel an. Da kommt doch direkt Stimmung auf, oder? Da kann man doch gleich sagen, komm, schmeiß die Kamera weg. Wir überspringen das Shooting und legen direkt los. Jupp Heidi. Ich häng schon mal die Fenster aus, damit der Jugga nachher rein kann. Oder auch doch nicht. Nee. Sie wohnt ja um die Ecke. Oder nur bei mir. Alles gut. Nur würde abends gerne mit dir mal reden. Und wenn es nur eine Stunde wäre. Ich habe mir ein neues Headset bestellt. Dann sollte das ab morgen vielleicht gehen. Okay. Singst du das für mich? Ich liebe das. Nee, ich singe es, weil ich es kann. Ja, aber... Wie bitte? Rainer, wie kommst du darauf, dass du es kannst? Also, wir haben das jetzt alle gehört. Wir wissen, dass du es nicht kannst. Gut zu wissen für die Zukunft. Dann kann ich dabei immer an dich denken. Sing doch mal was für mich. Such dir was aus. Was magst du denn? Ich kann halt nicht alles. Engelsblut, Seelengefängnis mag ich. Okay. Guten Morgen, Hase. Ich muss an dich denken. Hui, guten Morgen, ihr beide. Schade, dass du nicht hier bist. Hätte dich zu einem morgendlichen Ausritt eingeladen. Zu einem morgendlichen Ausritt? Rainer, äh, was meinst du? Also, so Ausritt mit Pferd kannst du eh vergessen. Also, die Bandscheibe von einem Pferd, die hat auch ihre Belastungsgrenzen. Also, jetzt stellt euch mal vor, so ein Club setzt sich wirklich auf ein richtig reales Pferd. Da bricht doch direkt die Wirbelsäule durch. Der arme Gaul. Erstmal Zeit und Gelegenheit haben. Und natürlich wir beide die Tests. Weißt du was? Ich glaub, wir lassen das. Wenn du so paranoid bist und alles. Rainer, das mit den Tests hattet ihr ja doch schon geklärt. Dann macht mir das doch auch keinen Spaß. Außer dem, äh, wieder jedem Scheiß gleich einen Test zu machen. Rainer, das ist halt kein Scheiß. Du hast ihr vorgelogen, du hättest da einen Kontakt gehabt, der Ansteckungsgefahr beinhaltet. Und dann ist doch völlig klar, dass man danach einen Test macht. Also, der Typ ist aber auch so dämlich. Aber er ist ja quasi Mediziner, er kennt sich ja aus. Er hat sich ja informiert, er hat auch Studien gelesen und in verschiedenen Animes kamen bestimmt auch schon mal Tests vor. Naja. Und ja, ich weiß, es wird gleich wieder ein Streit ausatmen. Sehen wir es einfach gleich von vornherein so, dass wir da anderer Meinung sind. Geschlechtskrankheiten sind für dich also eine Kleinigkeit? Ja, weil er hat ja auch nur eine Kleinigkeit da. Also, er meint damit, kleine Organe können keine großen Krankheiten anhaften haben. Er stellt sich das irgendwie komisch vor. Für mich leider nicht. Schade, dass du mein Bedürfnis nach Sicherheit so wenig verstehst. Vor allem, weil die kostenlos sind. Also, mich kostet der Test 20 Euro. Ja, das, weil der Arzt halt Kilometergeld braucht. Wenn er dann jedes Mal immer wieder extra zurückkommen muss, um dir zu sagen, wie gesund du bist, dann nutzen sie seine Schuhe ab. Das Geld muss er natürlich wieder irgendwo reinholen. Deswegen musst du 20 Euro bezahlen. Alle anderen kriegen es für um. Ganz einfach. Logisch. Junge, denk doch einfach mal mit. Kostenlos ist er mit Sicherheit nicht. Und darüber hinaus geht es nicht um das Geld, was er kostet. Sondern darüber hinaus geht es einfach darum, dass ... Weißt du was? Vergiss es. Ich habe keine Lust der Schuld darüber zu diskutieren. Ja, es geht darum, dass du Angst vor dem Test hast und auch keinen Bock hast, dir irgendwas vorschreiben zu lassen. Du bist dann einfach nur das störrische kleine Kind. Wenn jemand sagt, du, wir brauchen einen Test, dann bist du einfach aus Prinzip dagegen. Wenn sie gesagt hätte, und ich will auf gar keinen Fall, dass wir Tests machen, würdest du wahrscheinlich darauf bestehen, dass welche gemacht werden. Also von ihr. Du jetzt nicht, weil, wie gesagt, 20 Euro. Und dann kommt der Arzt auch mit so einer spitzen Nadel an. Das ist ekelhaft. Ich will da auch nicht drüber diskutieren. Ich muss dir ja echt ganz schön egal sein, wenn du so zu mir bist. Geht man so mit seiner Freundin um? Ich dachte, ich bin dir wichtig. Ja, erst mal zumal. Das war so eine lange Diskussion, ob er jetzt auf dieser komischen Seite eintragen kann, dass er in einer Beziehung ist, in einer offenen Beziehung oder in einer geschlossenen Beziehung oder in einer geschlossenen Abteilung oder sonst irgendwas. Da hast du so lange mit ihr hin und her diskutiert. Und dann schießt du sie einfach so in den Wind. Bloß weil sie einen Test will rein. Das verstehe ich auch nicht. Keinerle. Einsthaft. Oder bin ich nur die Erstbeste, bis jemand anderes kommt? Hörlern, du bestehst sie extrem auf den Test und meinst, dass du keinen machen musst, weil du mit denen ein Kondom benutzt. Ich habe dich schon mal gesagt, wir können uns auch so treffen und müssen nicht zwangsweise gleich miteinander schlafen. Außerdem habe ich auch Kondome da. Und außerdem, ich habe dich jetzt schon so oft gesagt, dass ich mich testen lasse, wenn mein Arzt wieder da ist. Also warum sprichst du es tausendmal an? Ich bin gerade im Stream. Ja, das ist auch okay. Du hast doch gesagt, dann musst du dich testen lassen wegen Wochenende. Können wir das bitte dann nachklären? Eben. Eben. Jetzt rede nicht mit ihm. Er muss streamen. Da braucht er seine volle Konzentration. Sobald ich das jobmäßig hinbekomme, zu dir zu kommen, mache ich das. Aber jetzt, wo wir uns für die Beziehung entscheiden, würde ich dich auch gerne mit allem drum und dran besuchen. Außerdem, du bist mir egal. Ich sage guten Morgen und gute Nacht. Ich schreibe dir dauernd. Und du? Keine gute Nacht, keinen guten Morgen. Ich flehe dich regelrecht schon an, dass wir öfter abends mal miteinander reden. Im Moment fühlt es sich nicht wie eine Beziehung an, aber ich würde es mit dir versuchen. Wenn ich weniger arbeite, dann gerne. Ich bin oft abends auf den Hochzeiten, auf den After-Wedding-Shootings etc. Ich bin mitten in der Hochsaison. Ich mag dich. Aber ich will mir nicht dauernd anhören. Lass dich testen. Ich weiß, ich bin gesund. Und ich sage dir schon. Alter, woher willst du denn wissen, ob du gesund bist? Es gibt so viele Krankheiten. Die hat man und da merkt man überhaupt nichts von. Und dann gibt es halt noch diese Sachen da im Kopf, die du da eventuell… Aber gut, das testet ein normaler Arzt sowieso nicht. Dass ich es machen lasse. Ich kann dich zaubern. Du hast doch gesagt, wenn ich mich mit dem Paar treffe, müsste ich mich testen. Für mich nicht. Erstens können wir Kondome benutzen und zweitens vertraue ich dir, wem du sagst, dass du gesund bist. Ja, du Dödel. Woher soll sie denn wissen, ob sie gesund ist, wenn sie keinen Test hat? Nach dem Stream, okay? Ja, dann sag doch sowas nicht. Sowas verletzt mich echt. Immer habe ich das Gefühl, ich bin austauschbar. Und dass du dich gar nicht richtig für meine Gefühle und Bedürfnisse interessierst. Ich würde mal sagen, dein Gefühl täuscht dich nicht. Du bist einfach nur das nutzlose Stück Haut um die Mumu rum für ihn. Und was anderes bist du nicht. Du schickst mir ja auch wieder unangekündigt deinen Penis, obwohl ich... Boah! Nee, also jetzt mal ernsthaft. Wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen? Warum? Was denkt man sich dabei? Und gerade er. Nee, ekelhaft. Dir gesagt hab, dass das schiefgehen kann, wenn ich arbeite. Du hörst mir überhaupt nicht zu. Du triefst dich mit einem Paar und ich soll gefühllos sein? Ups, sorry. Das hatte ich vergessen. Doch höre ich. Haha. Du hast doch mittlerweile einen Kerl getroffen und mit dem was gehabt. Und wolltest dich diese Woche mit einer Frau treffen. Hatte ich vergessen. Ich hab ein schlechtes Gedächtnis. Ich werde in Zukunft dran denken. Sorry. Du hast... Ach, Rainer, das ist dann dieses berühmte Oh, da hab ich vergessen, wie ich dich vorhin angelogen habe. Du hast damit angefangen und wolltest eine offene Beziehung, um dich weiter auszuleben. Moment, kurze Aufklärung. Ich würde nichts ausreden oder so. Und ja, ich hab mich mit einem Kerl getroffen. Ich habe kein Problem mit einer offenen Beziehung und ich mag dich sehr. Aber ich finde, offene Beziehungen hin oder her, wir sollten noch etwas Zeit miteinander verbringen. Wenn du arbeiten musst, okay. Wir können ja nebenher reden. Mir macht das nichts aus. Ich kann ja nebenher auch zocken oder so. Oder auch schneiden etc. Ist ja kein Akt. Nett. Ich wollte damit nur sagen, dass du mir nicht vorwerfen sollst, dass ich gefühllos bin. Hast dir schon mal Gedanken gemacht, warum ich immer so viel schreibe und mit dir reden will? Ja, weil du endlich was Nuss nun machen willst. Echt wichtig. Und das, obwohl wir uns noch nie gesehen haben in real. Naja, dir ist aber schon klar, dass ich da am Sonntag Geld verdiene und gerade weil ich mit denen intim war, kommen die zu mir. Das ist in dem Fall ein Teil, um mir diese Kunden zu sichern. Ich will auch mit dir reden. Ach so, das geht auch? Dass man quasi mit Kunden in die Kiste hüpft, damit die immer wieder kommen? Also ist mir jetzt noch nie passiert. Gut, ich hab jetzt noch nie irgendwie Fotografen engagiert, aber wenn ich mir vorstelle, du gehst zum Bäcker, kaufst dir Brötchen und dann steht da ein Verkäufer oder eine Verkäuferin und sagt, wie sieht's aus? Geh mal noch schnell nach hinten, hinter die Theke. So als Kundenbindung, damit du wiederkommst, dann hinterher gehst du zum Friseur, gehst zum Supermarkt, da wirst du mit deinen Einkäufen ja nie fertig. Vor allem, da tu dir ja auch das Kreuz. Also das stelle ich mir jetzt unpraktisch vor. Ne, also da mach ich nicht mit. Aber im Moment kann ich nicht mal mit meinen Eltern telefonieren. Dass ich mit dir chatte, ist schon so viel mehr, wie alle anderen bekommen. Ja, aber das kann sich rein nämlich vorstellen. Dass jemand jetzt wirklich viel arbeitet und sich dabei nicht jederzeit die Zeit nehmen kann, zu sagen, oh, ich telefoniere jetzt einfach mal eine Stunde oder ich schreibe nebenbei mit jemandem. Wie soll der das wissen, dass sowas im Normalfall nicht möglich ist, dass man während der Arbeit einfach mal telefoniert? Wenn du so einen Satz mit den Kundensichern zu jemand anderem gesagt hättest, würde der das falsch verstehen. Nur als Tipp. Ja, aber ich sage es ja dir. Und wenn ich auf einer Hochzeit bin, fast sechs Tage pro Woche, kann ich nicht telefonieren. Das geht ab Mittags teilweise bis in die Nacht. Okay, schau. Ich hab... Gut, also mal kurz telefonieren kann man als Fotograf auf einer Hochzeit bestimmt. Man muss ja auch mal aufs Klo. Aber halt nicht stundenlang. Ich habe mit Frauen nicht so viel Erfahrung. Ich versuche, so einfühlsam zu sein, wie ich kann. Ich weiß, das wirkt sehr plump. Ich habe aber auch nicht viel Erfahrung damit und ich bin normal auch niemanden Rechenschaft schuldig. Daher bin ich da etwas schlecht drinnen. Das Ganze soll keine Entschuldigung sein, nur eine Erklärung. Hochzeitssaison ist ekelhaft stressig. Okay. Ja, besonders für die Standespam. Deswegen nehmen die sich in der Hochzeitssaison alle Urlaub. Führt halt zu leeren Wartezeiten, aber die haben da auch keinen Bock auf den Stress. Kann ich auch gut verstehen. Okay. Ich bin zurzeit auch etwas untervögelt, weswegen ich dauer... Zurzeit, Rainer. Er ist zurzeit etwas untervögelt. Rainer, das ist so, als würdest du sagen, du bist zurzeit etwas unterintelligent. Junge. Ich mag es einfach nicht, wen ich mich immer wieder wiederholen muss. Ich lasse den Test machen und wir sehen uns ja erst, wen du Zeit hast. Okay, sieh mal. Mich stört es zu wissen, dass du dich mit denen am WE triffst. Jedenfalls bevor wir uns mal treffen konnten und du erwartest von mir einen Test, obwohl ich längst zugesichert habe, dass ich einen mache. Was genau soll ich denn sagen, dass es dir besser geht? Du meinst, ich hätte keine Gefühle für dich? Bei mir geht ohne ein Minimum an Gefühle nichts in der Hinsicht Beziehung. Wenn ich keine für dich hätte, hätte ich dir das nie vorgeschlagen. Keine Ahnung. Mitgefühl, Sensibilität, tröstend sein, irgendwas... Ja, die Gefühle meint Rainer nicht. Er meint dann die Gefühle, die man eher in der südlichen Region hat. Was in der Art? Tröstet es dich denn, dass ich zur Zeit viel an dich denke und es kaum erwarten kann, dich zu treffen? Ja, und wir wissen auch, bei welchen Gelegenheiten er an sie denkt? Bisschen. Nicht um Sex zu haben, sondern einfach um jemanden an meiner Seite zu haben. Und der Gedanke an Sex mit dir ist momentan so schön und ich denke viel daran, wie sich unsere Zukunft gestalten könnte. Und wie schon gesagt, ich bin etwas eifersüchtig wegen dem Wochenende. Auch das sollte doch zeigen, dass ich dich sehr will und mag. Aber warum schlägst du eine offene Beziehung vor, wenn du eifersüchtig bist? Das verstehe ich auch nicht. Du hättest dich doch jetzt auch mit der Frau getroffen, bevor wir uns sehen, und hast dich mit dem Kerl getroffen. Du darfst das und ich nicht, oder wie? Habe ich dir das verboten? Klar, bin ich eifersüchtig, aber ich verbiete dir nichts. Du liebst die zwei ja nicht, oder? Es ist in Klammern nur Sex, oder? Nee, aber ich will ja auch nicht, dass du eifersüchtig bist. Das macht ja auch ein doofes Gefühl für mich. Das soll doch beiden Spaß machen, das hier. Nee, da sind keine Gefühle im Spiel. Also, habe ich kein Problem damit. Ich freue mich, dass du deinen Spaß hast. Und ich hoffe, du denkst an mich, wenn du das eine oder andere Mal kommst. Was ist denn mit dir? Fühlst du gar nichts, wenn ich mit anderen im Bett liege? Ich hatte übrigens auch überlegt, mich mit dem vielleicht am Wochenende nochmal zu treffen. Okay, was führst du denn? Ich freue mich, wenn du eine schöne Zeit hast. Also auch wie ich. Ich freue mich ja auch, wenn du deinen Spaß hast. Naja, du hast gerade selber gesagt, du bist eifersüchtig. Na und? Deswegen gönne ich es dir doch trotzdem. Ja, ist trotzdem ein Unterschied. Mache dir ja auch keine Frage. Ja, also, wie kann man gleichzeitig eifersüchtig sein und sich freuen, dass der Partner seinen Spaß hat, während er mit anderen rumknattert. Das passt für mich jetzt auch nicht so wirklich zusammen, Rainer. Vorwürfe. Du. Pardon, Rainerle. Du könntest auch immer noch mitkommen. Warum? Ich kann nicht, das weißt du. Ich habe kein Geld und selbst wenn, ich kann nicht am Wochenende weg. Hier, da steht mein Haus nicht mehr, wenn ich heimkomme. Aber. Gut, Rainer, das wird früher oder später sowieso weg sein. Weil die wissen ja nicht, dass du weg gehst. Eben, genau. Mensch, geh doch einfach durch einen der Geheimtunnel raus. Dann kriegt das kein Hater mit. Können die Nachbarn nicht aufpassen? Spielt keine Rolle. Wen die Hater checken, dass ich nicht da bin, ist Amoklauf hier. Die Nachtbären, der war gut. Glaub mir, ich will echt, aber das funktioniert im Moment nicht. Es sieht aus, als könnte ich morgen mein Auto haben. Oh, das freut mich. Wovon hängt das ab? Wird bestimmt teuer, oder? Sind die Typen weg? Was machst du so? Ich freue mich schon auf gleich. Bin schon voll aufgeregt. Das war beim letzten Mal super geil. Nee, Stream. Denk an mich, wenn du kommst, bitte, ja? Wünsche dir viel Spaß. Uff, kann ich nicht versprechen. Ich denke beim Sex wenig nach. Ich lass... Ja, so wie Raini, äh... Also jetzt nicht beim Snooosnoos, sondern generell. Er denkt generell nicht nach und sie halt nur beim... Lass mich fallen und genieße. Danke dir heute Abend auch. Naja, bei mir geht wie üblich ja nix. Ich verspreche nix, was ich nicht halten kann. Aber ich denke zwischendurch an dich. Der Typ ist auch ein ziemlich krasser Dom. Das hilft mir immer abzuschalten. Okay. Sagst du ihnen, dass du in einer offenen bist? Und bekomme ich vielleicht Bilder? Also von... Ja, und der andere Typ bekommt auch Bilder, Raini. Sie zeigt ihm Bilder von dir, dann lachen sie alle zusammen. Und dann legen sie los. Von dir? Wenn das Thema aufkommt, klar. Die wollen ja auch nur Sex. Also wen nicht? Dann sagst du nix mitten im Stream. Also ich fände es jetzt komisch, einfach zu rufen, ich habe übrigens einen Freund. Macht man das nicht so? Also ich kenne mich da nicht aus, aber das sollte man doch so machen. Also bei einem Dreier, dass dann eine Person mittendrin so spontan aus dem Zusammenhang gerissen ruft. Übrigens, ich habe einen Freund. Und die anderen dann so, ja, juhu, ich auch oder so. Das wäre doch schön. Das verbindet, das schafft eine gemeinsame Basis. Da kann man hinterher über was reden. Also das sollte man mal anregen. Kennt jemand irgendwie einen Swingerclub? Da könnte er mal hinfahren, könnte sagen, das könnte man doch vielleicht in die Hausordnung aufnehmen, damit die Leute ein Gesprächsthema haben. Einfach um die Stimmung aufzulockern. Das ist dann so, äh, danke für die Information. Aber wenn sie fragen, sage ich es natürlich. Ich sage einfach schon mal bis später. Fahre gleich los. Also ich finde es normal, dass du rufen soll. Jeder wissen, dass du meine Kleine bist. Naja. Ja, ehrlich, also ich fände das jetzt auch normal, dass man da mittendrin durch die Gegend brüllt. Auch im Darkroom. Wenn sie da irgendwie alles dunkel, keiner sieht was, alle tatschen aneinander an. Es sieht aus wie hier Spaghetti in Carbonara. Und dann plötzlich ruft es aus der einen Ecke. Übrigens, ich habe einen Freund. Aus der anderen Ecke ruft, haha, ich habe eine Freundin. Ist doch schön. Außer den Hatern. Es sollen alle wissen, dass ich eine Kleine habe. Okay. Ja, Renate, dass du eine Kleine hast, wissen wir alle. Wir haben die Bilder gesehen. Viel Spaß. Hm. Keine Nachricht den ganzen Abend. Naja, hoffe, du hattest deinen Spaß. Gute Nacht. So, jetzt machen wir eine ganz kurze Pause zum Durchatmen. Und dann geht's weiter. So, Pause vorbei. Ich hoffe, ihr habt die Pause genossen. Der Part war jetzt vorbei. Ich hatte den geteilt, aber hab mir gedacht, komm, wir hängen den nächsten direkt dran. Deswegen nicht wundern. Die letzten paar Sekunden hören wir jetzt nochmal. Mach ich ja immer so, damit man noch weiß, wo wir stecken geblieben sind. Ich sag einfach, schon mal bis später. Fahre gleich los. Also, ich finde es normal, das zu rufen. Soll jeder wissen, dass du meine Kleine bist? Naja, außer den Hatern. Es sollen alle wissen, dass ich eine Kleine habe. Okay. Reiner, besonders die Hater sollen das doch wissen. Jetzt stellt euch mal vor, der hätte wirklich eine Freundin. Eine herzeigbare Freundin gehabt. Der hätte die doch 24-7 auf den Balkon gestellt, damit alle Hater sehen, oh, guckt mal, der Lord, was der für eine tolle Uschi da stehen hat. Ui, 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 ui. Da sind wir jetzt aber neidisch. Der hat ja vielleicht einen Schlag bei Frauen. Ja, Donnerkaufsknispel. Viel Spaß. Hm, keine Nachricht den ganzen Abend. Naja, hoffe, du hattest deinen Spaß. Gute Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin zu Hause erst mal tot ins Bett gefallen. Hab letzte Nacht nicht viel Schlaf. War aber sehr großartig. Danke der Nachfrage. Naja, fand es unhöflich, dir beim Ficken Nachrichten zu schicken. Ja, ist auch unpraktisch. Man vertippt sich dabei ja ständig. Du hast mir ja auch nicht geschrieben, als du mit deinem Kerl zu Gange warst. Das stimmt allerdings. Ich finde, auf jeden Fall klingt deine Nachricht sehr angefressen und passiv-aggressiv. Ja. Ich habe das Gefühl, du bist total eifersüchtig und kommst mit der offenen Beziehung nicht klar. Ich schreibe dir doch auch nicht solche Nachrichten, wenn du dich mit wem treffen willst. Ich bin gerade mitten im Livestream. Also dafür, dass er nicht streamen darf, streamt er verdammt häufig. Ich melde mich später dann mal bei dir, wenn ich aus dem Stream raus bin. Ich weiß aber noch nicht, wie lang das ist. Kann noch zwei, drei Stunden dauern. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Ich habe zwar ungefähr einen Plan, wie weit ich zocken will, aber mal schauen. Auf jeden Fall, nee, alles gut. Keine Sorge. Okay. So, jetzt ist Stream gleich aus. Erzähl mal, was ihr gemacht habt. Willst nicht? Wollen wir dann einfach mal reden? Gehst du so gar nicht auf das ein, was ich geschrieben habe? Interessiert dich nicht, was du geschrieben hast. Erzähl ihm jetzt, was ihr gemacht habt, damit er dabei schön am Schrimp kratzen kann. Was anderes juckt ihn gar nicht. Du schreibst mir so super pissige Nachrichten, bist mega eifersüchtig. Das ist nicht okay. Hä? Wo denn? Ich sagte doch, dass nichts ist. Hä? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Wo war ich denn bitte pissig zu dir? Hm. Äh, gestern Abend, als du, während sie gerade beschäftigt war, hm, keine Nachricht. Na, dann gute Nacht. Keine Nachricht den ganzen Abend. Naja, hoffe, du hattest deinen Spaß. Gute Nacht. Genau. Das klingt schon angefressen. Oder das so nach dem Motto, geh du, ich sitze hier dann traurig. Mega schlechtes Gewissen einreden. Da hatte ich mich verklickt. Ich schaue mal. Ah, alles klar. Ja, das hat er natürlich einen anderen schicken wollen, ist klar. Das war eigentlich für Tante Maillon gedacht. Die war nämlich an dem Abend auch gerade unterwegs im Swingerclub. Oder in der Sauna. Oder im Puff. Ich weiß es nicht genau. Oder im Kino. Man weiß es nicht. Weißens am PV. Klammer zu. Klammer zu. Klammer auf. Direkt nebeneinander. Und ich hatte gestern nur viereinhalb Stunden Schlaf, also entschuldige, fast das falsch rüberkam. Ich war... Rainer, du sagst immer, du brauchst nur vier Stunden Schlaf pro Nacht. Jetzt hattest du viereinhalb, also das ist doch deutlich mehr, als du eigentlich brauchst. Dann müsstest du doch ausgeschlafen sein ohne Ende. Ich war gestern Abend bzw. in der Früh extrem müde und da habe ich dauernd Tippfehler gemacht. Bin ich sauer eifersüchtig? Ja, ein wenig, das hatte ich dir auch gesagt, aber ich habe dir nichts verroten. Noch macht es mir groß was aus. Naja, zu deiner Frage. Wir hatten mehrfach Sex. Der Typ hat uns die halbe Nacht genommen und mit der Frau war ein bisschen Knutschen und Fummeln und Fingern. Der Typ ist so krass, wie viel Ausdauer der hat. Na Reini, da kommt jetzt die Neidwut hoch. Und wirklich einen ziemlich großen Schwanz. Aber... Jetzt wird die Neidwut größer. ...ist ja auch ein großer Mann. Schön beschnitten, kann gar nicht richtig sitzen, weil immer noch Aua. Und er hat mir meine schwarzen Nylons voll gespritzt. Die mussten jetzt erstmal in die Wäsche. Gestriger Look. Naja, die Ausdauer habe ich normal auch. Worin? Also, gut, er kann ausdauernd sitzen. Das stimmt. Er kann stundenlang im Stream sitzen. Er kann lange sitzen und er kann langer sitzen. Und worin hast du noch Ausdauer? Allerdings bin ich nicht beschnitten. XD. Und groß ist vermutlich Ansichtssache. Das hat aber nichts mit der Körpergröße zu tun, wie lang der Schwanz ist. Bin ja auch über 1,90. Nein, bist du nicht. Also, bisher habe ich die Erfahrung gemacht, dass große Männer auch einen großen Schwanz haben. Also... Ich sage jetzt nichts über meine Körpergröße. Und vergesst es in den Kommentaren danach zu fragen. Also, der Typ ist knapp zwei Meter groß und macht hobbymäßig Schwertkampf und normalen Sport. Der hat mich eiskalt einfach hochgehoben beim Finken. Alles klar. Ja, ich bin ja auch knapp zwei Meter. Nein, Rainer, bist du nicht. Meiner ist aber nicht so groß. Oh, ist mir gar nicht so aufgefallen. Echt? Du bist knapp zwei Meter? Wie groß ist deiner denn? Ich sagte doch eben schon. Ich bin etwas größer als 1,90 bis 1,96. Wollen wir denn etwas reden? Rainer, du bist 1,84. Dein Bauchumfang ist größer als du. Äh, fällt mir ein, hast Ihnen gesagt, dass du mich jetzt hast? Haben irgendwie nicht viel Zeit zum Reden gehabt. Hä? Also, du hast keine Zeit in mir zu reden heute Abend? Ich bin voll hinterher mit der Arbeit. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Okay, du kannst dich also mit denen eine ganze Nacht treffen, aber hast für mich keine 15 Minuten Zeit. Und das, obwohl ich dich seit Wochen darum bitte, egal was wir beide haben, aber eine Beziehung ist es nicht, auch keine offene. Und? Ich hätte Zeit gehabt, wenn du zum Beispiel hergekommen wärst. Ich sage das nicht, weil ich eifersüchtig bin. Okay, das gestern Abend, aber das ist schon eine komische Formulierung. Ich habe keine Zeit zu telefonieren, ich muss arbeiten. Wenn du hergekommen wärst, hätte ich Zeit gehabt. Das passt jetzt nicht so wirklich. Wenn ich dich bin, sondern weil ich es seit Wochen bitte. Ich will dich hören und mit dir reden. Ich kann mir morgen nach dem Aufstehen was freischaufeln. Wann stehst du auf? Okay, meine Schuld. Verstehe. Danke fürs Gespräch. Ich habe von 12 bis 14 Uhr keinen Kunden. Da könnte ich mir Zeit für dich nehmen. Ich lasse dich arbeiten. Bin nicht schuld dran sein, dass du deine viele Arbeit nicht schaffst. Meldest dich einfach in zwei oder vier Wochen, wenn du mal zwei Sekunden zum Schreiben hast. Nee, sorry. Ich würde dich nicht aufhalten. Dass wir Beziehungen lassen, wie er bis oder besser, falls wir uns je sehen. Weißt du, redest von Vertrauen, was den Test angeht und gibst mir null Vertrauen. Du meldest dich so gut wie nie. Weder für eine gute Morgen noch gute Nacht. Ich melde mich jeden Tag bei dir. Ja, also vorhin hat sie sich gemeldet, Rainer. Das war sie, die gesagt hat, guten Morgen. Wissen die beiden, dass es mich gibt und ich sein Freund bin? Oder flauben sie, du bist Single? Ich bin nur kein Guter-Morgen- und Gute-Nacht-Fan. Die wissen, dass ich nicht Single bin. Nee, tust du nichts. Du meldest dich, wenn ich dir mal schreibe. Ich schreib dir guten Morgen, ich schreib dir gute Nacht. Du meldest dich den ganzen Tag über eigentlich gar nicht. Und wenn du dich meldest, dann bist du mitten im Gespräch plötzlich weg. und du kannst dir keine zehn Minuten für deinen festen Freund nehmen, hast aber eine ganze Nacht, weil du dich mit denen treffen kannst. Du sagst, ich bin schuld daran, weil ich nicht zu dir gekommen bin. Du hättest Zeit für mich gehabt, wenn ich bei dir gewesen wäre. Ja, dass ich aber nicht irgendwie einfach zu Leuten hinfahre, weil ich damit schon mehr als eine schlechte Erfahrung gemacht habe und dir auch schon genug gesagt habe, warum. Ist der blöd. Rainer, du hättest jetzt echt einen Punkt machen können, weil das war echt dämlich zu sagen. Ich habe keine Zeit für dich, ich muss arbeiten. Wenn du jetzt hier wärst, dann hätte ich die Zeit. Ja, das ist halt so doof, sorry. Aber Rainer, anstatt jetzt da drauf einzugehen, bleibst du darum, ja, ich kann ja nicht kommen, weil sonst reißen mir die Hater das Haus ab und ich habe kein Geld nicht und der Rudi ist nicht angemeldet und jada, jada, jada. Ähm, das bedenkst du natürlich dabei nicht. Und dass es mir dabei auch um Vertrauen geht. Und inwiefern kann ich dir vertrauen? Du hast mir keinerlei Gründe geliefert, dass ich dir vertrauen kann, außer dass du mir vielleicht das eine oder andere Bild mal schickst. Und das mache ich aber genauso. Ja, Rainer, aber die Bilder, die du schickst, die will keiner sehen. Dass ich dir Bilder schicke. Letzten Endes sehe ich da momentan nicht, dass wir in einer Beziehung sind. Weil du hast nicht einmal verdammte zehn Minuten für mich Zeit, obwohl ich mir oft genug Zeit nehme. Ob ich mitten in der Aufnahme bin oder ob ich sonst irgendwas mache. Ich schreibe dir immer. Ich schreibe dir jeden Abend gute Nacht. Ich schreibe dir jeden Morgen guten Morgen. Ja, das stimmt sogar. Während er im Stream ist, schickt er ihr irgendwelche Nachrichten oder auch Sprachnachrichten. Rainer, das ist übrigens deinen Zuschauern gegenüber, sagen wir mal, nicht besonders respektvoll, wenn du da nebenbei mit deiner Freundin oder was du da für deine Freundin hältst, laberst. Also wenn du für deine Zuschauer streamst und von denen Geld willst dafür, dann solltest du dich auch auf deine Zuschauer konzentrieren und nicht auf irgendwelches andere Zeug. Und das hat nichts mit, ob ich ein Mensch dafür bin, der ein großer Fan von guten Morgen und gute Nacht ist. Das ist einfach eine Höflichkeit und einfach eine Sache. Wenn ich in einer Beziehung bin, dann will ich meiner Freundin auch einen guten Morgen oder eine gute Nacht wünschen. Das hat damit nichts zu tun, ob ich ein Fan von guten Morgen und gute Nacht bin. Ja, Rainer, das kannst du ja auch machen. Aber wenn sie halt kein Fan ist, jeden Morgen und jeden Abend diese im Endeffekt leere Floskel durch die Welt zu schicken, dann erwarte halt nicht, dass sie es tut. Das ist eine Höflichkeitsform. Und vor allem in einer Beziehung, finde ich, ist es extrem wichtig, dass man sich auch so viele Kleinigkeiten macht. Ich schreibe dir jeden Tag. Ich schreibe dir jeden Tag. Ist auch letzten Endes egal. Im Moment sehe ich auf jeden Fall nicht, dass wir in einer Beziehung sind. Weil, ich weiß nicht, du hast dich nicht ein einziges Mal gemeldet und gar nichts. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt eifersüchtig auf die beiden bin. Im Gegenteil. Ich finde es schön, dass du einen schönen Abend hattest. Aber du hast nicht mal verdammte zehn Minuten und ich flehe dich die ganze Woche an. Und du hast die ganze Nacht für die beiden. Also, irgendwo haut das nicht hin. Ich flehe dich jetzt seit Wochen an, dass wir ein paar Mal reden können. Abends mal zehn Minuten hat jeder. Und anscheinend brauchst du mich erst recht nicht. Weißt du was? Lass mir das einfach bleiben. Das hat eh keinen Sinn. Das ist auch eine Sache, die ich dich schon ein paar Mal darum gebeten habe. Aber es hilft ja nichts. Und außerdem schreibst du, das einzige Mal, wo du mir von dir ausgeschrieben hast, das war vorgestern mal. Oder wo vorgestern. Ansonsten schreib immer ich dir zuerst. Ich muss dir nichts beweisen, damit du mir vertraust. So funktioniert das nicht. Und ich will auch nicht mit dir reden gerade. Du bist gerade dermaßen unverschämt. Nur weil du jede Menge Zeit hast, wie du selber immer sagst. Ich kann eigentlich immer. Heißt das noch lange nicht, dass das für mich auch so ist. Nee, nee, nee. Moment. Er hat überhaupt keine Zeit. Er sagt doch immer, dass er so viel arbeitet. Er arbeitet bis zu 30 Stunden am Tag. Zwölf Tage die Woche. Also eigentlich hat er auch keine Zeit. Ich arbeite während der Hochzeitssaison so unfassbar viel. Ich bin permanent auf Achse. Und ja, gestern war mein einer freier Abend. Und ich hätte Geld bezahlt, um dich dabei zu haben. Das stimmt, Rainer. Sie hat dir angeboten. Komm vorbei. Geh mit. Die Fahrtkosten bekommst du von mir. Zumindest die einfachen. Es hat niemand was von Beweisen gesagt. Ich habe nie um irgendeinen Beweis gebeten. Ich habe nur gesagt, dass du mir überhaupt keinen Grund gibst, dir zu vertrauen. Habe ich gesagt. Und wenn du gestern einen einzelnen freien Abend hattest, hast du trotzdem gestern keine 15 Minuten für mich Zeit gehabt. Du weißt, dass ich mit dir mal reden möchte ein bisschen. Und du hast nicht einmal gestern für mich 10 Minuten Zeit gehabt. Und ich verlange ja nicht einmal drei Stunden oder eine Stunde. Ich verlange ein paar Minuten. Verlangen ist nicht einmal das richtige Wort. Ich bitte um 15 Minuten. Oder um 10 Minuten. Ich verlange ja nichts. Aber gut. Hat eh keinen Sinn. Wir können uns gerne morgen unterhalten, wenn du dich abreagiert hast. Und ich auch. Hab gerade null Bock auf Streit. Diese Nachricht wurde gelöscht. Oh, schade. Auch ich arbeite viel. Seit wann? Einsthaft Reini hat einen Job. Wenn ich nichts arbeite, verdiene ich kein Geld. Und dass du mich eingeladen hast, ist lieb von dir. Ich habe dir aber schon gesagt, dass ich aus verschiedenen Gründen nicht einfach quer durch Deutschland fahren werde. Außerdem liegt das zusätzlich noch daran, dass ich im Moment keine Kohle habe. Sie hat doch gesagt, sie gibt dir die Kohle. Okay. Auch das habe ich dir gesagt. Ich habe jetzt ein Auto. Aber auch mit dem kann ich eigentlich... Ich hätte mit dem... Ich habe gestern ernsthaft mit dem Gedankenspiel zu dir nach Köln zu fahren. Aber auch das ist eigentlich eine dumme Aktion, die ich machen würde. Weil das Auto ist nur auf meinen Kumpel gemeldet. Nicht auf mich. Außerdem kann ich nicht einfach am Wochenende wegrennen hier. Das funktioniert nicht. Ach, warum denn reinnehmen? Und ich bin auch kein Smalltalk-Mensch. Aber ich möchte einmal am Tag ein bisschen mit dir reden. Kannst du das nicht nachvollziehen? Du sagst, ich nehme dich nicht ernst. Das ist überhaupt nicht wahr. Ich nehme auch deine Arbeit ernst. Das Problem ist nur letzten Endes, dass ich einfach ein bisschen mehr Zeit mit dir verbringen möchte. Gut, das kann man natürlich verstehen. Also ich kann das verstehen, dass er Zeit mit ihr verbringen möchte. Auch mal mit ihr reden. Gerade er. Er hat ja absolut gar keine sozialen Kontakte. Außerhalb irgendwelcher Discords, Teamspeaks, Streams und sonstigem Zeug. Kann ich nachvollziehen. Und du kannst doch mit mir quatschen, während du nebenbei deine Arbeit machst. Ich meine... Ne, Rainer, das geht eher schlecht. Also auf so einer Hochzeitsfeier dann die ganze Zeit rumzuquatschen. Während man Fotos macht. Ich glaube, das kommt gar nicht gut. Ich schneide auch oft genug meine Videos nebenbei. Bin irgendwas am zocken nebenbei. Bereite irgendwas für meine Videos und für meine Projekte vor nebenbei. Ja, Rainer, und weil du das alles nebenbei machst, ist die Qualität auch so hervorragend. Und wenn du dich darauf konzentrieren würdest, das zu machen, anstatt es nur nebenbei zu machen, wären sie vielleicht sogar noch besser. Und so weiter und so fort. Meine Arbeit sieht ein bisschen anders aus wie deine, klarer Fall. Aber ich nehme mir halt die Zeit einfach für meinen Menschen, der mir wichtig ist. Und ich meine, du hast gesagt, du hast gestern deinen einzigen freien Abend gehabt. Okay, wenn du gestern den freien Abend gehabt hast, dann hättest du doch ein paar Minuten für mich erübrigen können. Hat er leider fest. Aber, naja. Weißt du, du sagst, du empfindest oder du denkst, du bist nicht ernst genommen. Was glaubst du, wie ich mich fühle? Zumal für mich die Sache ist, die wir jetzt hier gerade haben, das ist nichts Neues. Das ist eine Sache, die habe ich schon so unendlich oft durchgemacht und mitgemacht. Du hast schon unendlich oft mitgemacht, dass du eine Freundin hattest? Nein, Reini, nein. Und ich sehe es da einfach nicht ein. Ich habe genug Scheiße in meinem Leben schon erlebt mit diesem ganzen Mist. Und ich möchte da einfach im Moment nicht mehr mich drüber ärgern. Im Moment ist es einfach für mich so, ich sehe nicht, dass wir in einer Beziehung sind. Weil ich eigentlich nicht sehe, dass du dich dafür im Moment auch ein bisschen begeisterst oder dafür auch einsetzt. Ich schreibe dir jeden Tag Guten Morgen, Gute Nacht. Ich schreibe dir jeden Tag irgendwelche Sachen. Du sagst, du schreibst mir auch jeden Tag. Ja, aber meistens erst dann. Nicht immer. Es ist auch schon vorgekommen, dass du dich von dir aus meldest. Aber im Normalfall melde ich mich und darauf reagierst du dann. Das ist ein bisschen was anderes, als wenn man jemanden von sich aus anschreibt. Ich finde, in einer Beziehung gehört es für beide dazu. Und einer der Gründe, warum ich mich heute unterhalten wollte mit dir, und wenn es nur ein paar Minuten gewesen wären, das war einfach, ich wollte einfach genau wissen, was genau los war, was ihr gemacht habt und so weiter. Ja, um dich dran aufzugeilen, ist klar, Rainer. Und wie es so war und alles. Und wenn sie ihm da jetzt einen detaillierten Bericht gegeben hätte, jede Wette, kurze Zeit später hätte er das weitererzählt, nur dass er da der fast zwei Meter große Typ ist, der da die beiden Mädels durchbuttert. Ja, und dann kommst du damit daher, dass er dich hochgehoben hat und dass er so groß ist und was weiß ich alles. Ja, Rainer und Schmerzkampf und Sport macht er. Wahnsinn. Finde ich super. Naja, ist vielleicht sowieso besser, wenn wir das erstmal bleiben lassen. Ich würde sagen, wenn du wirklich eine Beziehung mit mir willst, dann lassen wir das so lange ruhen, bis wir wirklich uns treffen. Und wenn wir uns dann getroffen haben, dann können wir über eine offene Beziehung sprechen. Bis dahin reden wir über deine offenen Beine. Okay. Betrachte ich das jetzt erstmal als einfache Bekanntschaft. Weil ich keine Lust habe, mich dafür ins Zeug zu legen und am Ende damit alleine zu stehen. Weil in einer Beziehung meiner Meinung nach das so ist, dass man sich halt gegenseitig unterstützt und nicht nur einer von beiden. Wie kommst du jetzt auf unterstützen, Rainer? Inwiefern unterstützt du sie denn? Doch mal überhaupt nicht. Im Moment empfinde ich das so. Auch wenn du das anders empfindest. Ich mache mir jetzt jedenfalls erstmal Abendessen. Ich wünsche dir einen schönen Abend und ich wünsche dir noch eine erfolgreiche Arbeit heute. Ich werde dich heute nicht weiter stören. Gute Nacht. Ach, direkt Beziehungsstatus geändert, ja? Muss ja wichtig sein. Gut. Ja natürlich. Das allererste, was man machen muss, ist den Beziehungsstatus auf den diversen Erwachsenenplattformen ändern. Die Nacht. Was für eine Beziehung. Das ist doch keine Beziehung, die wir da aktuell führen. Oder siehst du das anders? Hallo. Ja, Rainer, das war noch nie eine und trotzdem hast du ewig lang mit ihr rumgepluppert. Ist das jetzt eine Beziehung? Kann ich jetzt den Status ändern? Hi. Und wieder mal Spaß gehabt. Wie meinst du das? Hi. Wollen wir uns jetzt mal treffen oder ist das vom Tisch? Irgendwie irritiert mich dieses Hin und Her. Hast du mittlerweile den Test gemacht? Ich nämlich schon. Ich hatte dir gesagt gehabt, dass ich mich erst treffen will, bevor wir das mit der Beziehung festmachen. Und was den Test angeht, nein, noch nicht. Wollte ich aber nächste Woche in Angriff nehmen. Wenig Geld bekomme. Und was deinen Test angeht, ich dachte, man muss sechs Wochen warten. Ich hatte ja keinen ungeschützten Verkehr. Ich hatte ja keinen ungeschützten Verkehr. Ah ja. Ja. Also kein Lecken oder Blasen. Blasen mit Kondom und kein Lecken. Was ist das denn hier für ein Chat? So, du beendest die Beziehung, meldest dich dann wochenlang nicht mehr und fragst mich dann, ob ich Spaß hatte. Und dann wegen Vorbeikommen? Ja, ein bisschen seltsam finde ich das auch. Machst du das immer so? Ja. Achso, du hast ihn gefragt. Ja, er auch. Machst du nicht, meinst du nicht, wir sollten uns erstmal aussprechen und wieder gescheit annähern? Also erstens hatte ich, als wir das beendet haben, gesagt, dass ich warten will, bis wir uns real getroffen haben. Dann kehren, man nochmal drüber reden. Zweitens musste immer ich mich melden. Du schreibst mich von dir aus gar nicht an. Das sagt doch eigentlich schon aus. Sorry, kein Interesse mehr. Und das mit dem Aussprechen. Ich finde eigentlich, dass alles gesagt war, worüber willst du denn noch sprechen? Wenn alles gesagt ist, für was soll ich denn dann noch vorbeikommen? Mich hat das echt verletzt, dass du so zu mir warst letztens. Wenn jemand mit mir die Beziehung beendet, dann denke ich ja auch, dass er keinen Kontakt mehr will. Alles, was ich gesagt habe, war ernst gemeint und meine Gefühle dir gegenüber waren echt. Meine Worte waren, lass uns das beenden und erst mal tereffen, um zu sehen, ob wir zusammen passen. Letzten Endes hatte ich dich mehrfach mehr schon angebettelt, dass wir reden. Aber er liest ja seit Jahren und verbessert seine Rechtschreibung permanent. Aber du hattest ja nie mal ein Poire Minuten Zeit zu reden. Und gemeldet hast du dich auch nicht wirklich. Was ich sagte, war auch ernst gemeint. Ich mag dich und hatte auch gewisse Zweifel, als du dich mit den beiden getroffen hast. Aber wir hatten eine Abmachung, deswegen habe ich nichts gesagt. Um dich zu hintern. Mein Hauptproblem lag immer darin, dass du dich nicht meldest. Ein kurzes Hallo oder so. Oder ein Wie geht es gut? Wäre mir wichtig gewesen. Vor allem an dem Abend, an dem du mit beiden weg warst. Ich wollte wissen, ob alles okay ist. Ja du, sie hat ja gesagt, sie kennt die beiden schon ein bisschen länger. Also das werden jetzt nicht gerade die kettenbezägen Psychos sein, die sie beim ersten Treffen dann zerschreddern und im Wald verteilen. Keine Sorge. Um mir dann fortzuschwärmen, wie groß der andere ist oder so, fand ich etwas krass. Wobei mir nicht gestört hat, dass du das gesagt hast. Nein, überhaupt nicht rein. Nein, das hat dich gar nicht gestört. Sondern wie es rüberkam. Ich muss es noch etwas aufnehmen. Ich würde dich immer auch treffen und dann das Ganze mal klären. Sowohl, ob wir wirklich was mit einer Beziehung wollen oder nicht, als auch das Ganze mal richtig besprechen. Denn ich habe das Gefühl für dich, ist das Ganze nicht abgeschlossen. Und ich dachte selbst eigentlich, dass wir das Ganze so abgemacht hatten, dass wir uns treffen und dann alles Weitere sehen. Wenn du ein Hier ist alles okay hättest wissen wollen, hättest du das vorher nur sagen brauchen. Und wenn ich dir davon vorschwärme, das machst du doch auch mit deinen ganzen anderen. Erzählst mir, dass du dich mit dem Mädel treffen willst etc. Ja, und was er mit dem Typen alles gemacht hat. Erzählst mir, dass du kein Geld zum Vorbeikommen hast, aber für Spielzeuge, Massagestab etc. Zumal ich dich eingeladen hätte. Ich komme doch jetzt nicht quer durch Deutschland gefahren, damit wir über das Thema weiterreden. Ich will, wenn dann, eine schöne Zeit haben und nicht sowas hier. Also wenn du eine schöne Zeit haben willst, dann einfach am Zaun rütteln und rufen. Herr Weng, klar, da hatten die meisten Leute immer richtig viel Spaß bei. Also erstmal der Massagestab war Zufall. Ich habe von Amazone einen Gutschein geschenkt bekommen. Habt ihr auch schon mal einen Gutschein von Amazone bekommen für einen Massagestab? Also ich noch nie. Das andere Zeug war ein Geschenk. Und im Übrigen, ich habe vor allem deswegen kein Geld, weil ich mein Auto habe. Und die Anmeldung teuer ist, weil ich nicht nur Anmeldung und Steuer zahlen muss, sondern auch die Versicherung für einem Jahr im Voraus. Ich komme doch erst durch quer durch Deutschland gefahren, damit wir über das Thema weiterreden. Ich will, wenn dann, eine schöne Zeit haben und nicht sowas hier. Okay, was ist also dein Wunsch jetzt? Ist es für dich vom Tisch? Habe ich doch gesagt. Ich will das klären, gerne auch im Discord. Oder so später. Ich möchte, wenn ich vorbeikommen soll, ein vernünftiges Miteinander. Einen freundlichen und liebevollen Umgang miteinander. Solange wir hier in so einer Situation sind, fahre ich niemals hin. Entweder wir sprechen uns aus und kriegen das wieder hin, oder wir lassen es. Warn. Also wann hast du Zeit? Heute Abend. Ich habe noch einen Auftrag nachher und bin dann wieder zu Hause. Denke gegen 19 Uhr. Okay, also 19.30 Uhr. Okay. Okay, ich schreibe es mir auf. Ich muss jetzt weitermachen. Bis heute Abend. Von diesem Discord-Gespräch ist aufgrund technischer Schwierigkeiten leider keine Aufnahme vorhanden. Och, Manno. Och, Mensch. Da hatte ich mich jetzt drauf gefreut. Was nun folgt, ist ein stichpunktartiges Gedächtnisprotokoll. Naja, okay. Rainer hat sich mit dem Mädel getroffen, über das sie gesprochen haben. Jedoch lief nichts, weil sie Sex nur in einer Beziehung will. Aufgrund dessen überlegt sich Rainer, eine Beziehung einzugehen. Rainer hat sich verletzt gefühlt, weil Bärchen von dem Penis ihres Typen erzählt hat, der ja anscheinend so groß war. Und dabei hat Rainer doch auch voll den Großen. 17. Ja, aber hallo. 10 Zentimeter. Äh. Wann das ist immer 16,5? Ist der gewachsen? Er schreibt parallel noch mit dem Pärchen von PH. Die Frau aus diesem Pärchen ist jene, die das Foto mit seinem Namen auf ihrem Bein gemacht hat. Aber sag mal, sind die beiden nicht ein schönes Paar? Ja. Rainer muss noch 500 Euro für die Versicherung bezahlen. Ebenfalls muss noch Autosteuer bezahlt werden, für das alte sowie für das neue Mädelmobil. Er will versuchen, dass er nur 250 Euro für die Versicherung bezahlt und den Rest danach. Rainer hat Sorge, dass zur Kirchweih viele Hater kommen. Das ist dann gefährlich für Bärchen. Ja, das ist dolle gefährlich. Die meisten Bärchen wurden ja immer verklubbt, wenn Hater da waren. Ende August ist bestimmt nicht mehr Hochsommer. Dabei wollte er doch mit ihr in den Pool. Er hat momentan keinen Wasserfilter, deshalb sind Pflanzen und so im Pool. Lecker! Ja, ist doch schön. So ein Pool mit ein paar Pflanzen drüben. Das macht Spaß. Da geht man gerne rein. Er will nicht mehr so lange warten. Was Rainer überhaupt nicht mag, sind zickige, arrogante Menschen. Und Menschen, die lachen, wenn wem ein Missgeschick passiert. Ja, Rainer, du weißt ja. Spiegel und so. Bärchen merkt an, dass man auch über sich selbst lachen können muss. Aber da spricht Rainer Lachflett an und wie gemein das war. Dass er sich verarscht gefühlt hat und den Kontakt abgebrochen hat. Er lacht total gerne, aber nicht, wenn er verletzt ist. Ja, und vor allem lacht er nicht gerne über sich. Er lacht lieber über andere, wenn denen zum Beispiel ein Missgeschick passiert. Er kann da eben nur nicht ernst bleiben. Er geht auch nicht mit jedem ins Bett. Ihm ist Charakter und Figur wichtig. Das stimmt. Also Charakter. Rainer, was weißt du von Charakter? Aber Figur ist ihm auf jeden Fall wichtig. Also wenn ihr weiblich seid und mit ihm anbandeln wollt, ihr müsst schon eine gute Figur haben. Also hier irgendwie so 0815, das kann er überhaupt nicht abhaben. Okay, mit dieser Trümmermulle hier, Bianca, da hat er natürlich auch versucht anzuwandeln, aber die wollte ja nicht, die war wohl noch nicht besoffen genug. Und Alf und Affenkeks waren an seinem Geburtstag da. Das war voll gemein. Ja, die haben total gemein das Tor geschmückt mit Luftballons und Diamanten. Richtig asozial. Ah, furchtbar. Das sieht man hier in der Umgebung auch häufiger, wenn man mal so über die Dörfer fährt oder manchmal auch in der Stadt, wenn dann jemand einen runden Geburtstag hat, dass das Tor geschmückt ist. Da waren dann bestimmt auch Hater da und haben das gemacht. Und dann gab es eine Schlägerei vorm Tor. Alf hat sein T-Shirt zerrissen und die beiden waren zwischen Geburtstag und Kerr war ständig da. Ja, er hat dein T-Shirt aber nicht einfach so zerrissen. Das hat er schon gemacht, weil du auf ihn losgegangen bist. Und dann gab es eine kleine Rangelei. Wenn Rainer gewollt hätte, hätte er sie fertig gemacht. Rainerle kann nicht beurteilen, ob ein Penisring taub macht, da er keine Erfahrung hat. Also ich würde mal sagen, wenn die Dinger taub machen, dann stimmt irgendwas nicht, oder? Den HIV-Test will Rainer nächste Woche machen. Im Moment hat die Polizei keine Streife frei. Er hat für die keine Prio. Ja, natürlich nicht, Rainer. Priorität haben richtige Notfälle. Aber nicht, oh, Hilfe, Hilfe, da laufen Leute im Dorf rum. Die Polizei soll sich doch bitte neue Streifen kaufen, wenn sie keine überhaben. Oh. Wovon denn? Von den Steuern, die du in den USA bezahlst? Er betont nochmal, dass Bärchen gute Nacht und guten Abend sagen soll. Ja, also, da möchte ich auch drum bitten, ab sofort, unter jedem Video bitte einen Kommentar von jedem mit guten Morgen und abends eine gute Nacht. Das gehört sich so, das ist einfach Höflichkeit. Rainerle erzählt von seinem wallenden italienischen Blut und dass er sich deswegen so aufregt und Hader anbrüllt. Wenn er zur Kerwa wollte, könnte er hin, weil wer ihn da anpackt, der bekommt von seinen Leuten auf die Fresse. Ja, äh, deine Leute... Aha, er meint bestimmt die Skinheads, die er nur anrufen muss. Er hat zwar keine Nazis als Kumpels, aber er hat Kumpels, die Nazis sind. Das ist ein großer Unterschied. In Deutschland gibt es laut Rainer 200.000 Hater. Ähm, gut, das käme jetzt drauf an, wie man Hater definiert. Rainer hat Angst, dass sie den Busch durchbrechen, wo der Pool steht. Deshalb hat er da Stacheldraht hingemacht. Obwohl er sich selbst schwach findet, kann Rainer ohne Probleme Hater durch die Gegend schmeißen. Ja, haben wir ja gesehen. Bei verschiedenen Anlässen, wie er die Leute geschmissen hat... Ja, und den einen hast du ja in der Aura, wie Andans, wer rechts und links, hin und her. Von einem Ufer zum anderen immer hin und her geschleudert. Auch Sex kann Rainer inzwischen richtig gut. Ja, genauso wie Deutsch und Mathe. Bei seinen ersten Versuchen allerdings war er nervös und hatte Probleme mit der Standhaftigkeit. Er erzählt von seinem neuen Monster-Dildo. Oh nein! Den erst mal eingeführt hat, merkt man nach kurzer Zeit gar nichts mehr. Wie, da merkt man nach kurzer Zeit gar nichts mehr. Tötet er dann alles ab? Ziehen sich dann die Nervenenden vor lauter Schreck zurück, oder wie? Soll das so? Also, ich kenne mich mit Dildos jetzt überhaupt nicht aus, aber... Ist das nicht kontraproduktiv, wenn man bei dem Ding dann überhaupt nichts mehr merkt? Die hat man doch eigentlich, damit man was merkt, oder? Rainerle erzählt von Ariella und wie ihn alle Frauen immer nur verarschen. Ja. Gut, dass du das jemandem erzählst, der das auf gar keinen Fall vorhat, Raini. Jetzt erzählt Rainer vom anderen Bärchen, welches ihre Chatverläufe geleakt hat. Er hat zwar auch etwas über unser Bärchen erwähnt, aber nicht viel. Er hat mit dem Bärchen nur drei Abende geschrieben. Also eine Woche. Rainer hat einen Hater vor seinem Haus fotografiert. Er legt jetzt eine Kartei an, damit man endlich mal ein paar Hater verknacken kann. Am besten sollte man das mit allen Hadern machen. Ja, alle weg nach Bautzen. Rainers Auto verbraucht 2,6 Liter auf einen Kilometer. Bitte was? 2,6 Liter auf einen Kilometer. Ist ein guter Schnitt. Öl oder Benzin? Er verwechselt unser Bärchen anscheinend mit einem anderen Bärchen und behauptet, sie hätte keinen Führerschein. Rainer würde Bärchen nie Fotos schicken. So was macht er nicht. Nein, auf gar keinen. Davon abgesehen macht er es natürlich ständig. Molumbi ist übrigens eine Mulle. Es gibt keine berühmten Hater. Auf die Frage, welche weiblichen Hater er hat, erwidert Rainer. Regenbogenschaf. Ja, das stimmt. Also bei Molumbi keine Ahnung, ob das eine Frau ist oder mehrere Personen, die sich diesen Account teilen. Weiß es nicht. Aber Regenbogenschaf war auf jeden Fall eine Frau. Die konnte nur die Stimme sehr gut verstellen. Die war sehr schön. Regenbogenschaf, ja, die war schick. Also, hübsche Frau. Hab mir eben Hackfleisch aus der Gefriertruhe geholt, damit ich mir Spaghetti machen kann, XD. Klingt lecker. Ja, voll. Nee, klingt nicht lecker. Also, Spaghetti von Rainer, nein. Na gut, er hat natürlich diese italienischen Vorfahren und Wurzeln. Da sind die Spaghetti dann gleich deutlich besser. Aber nein, Rainer, ich glaube, niemand will irgendwas essen, was aus deiner Küche stammt. Oder von dir gekocht wurde oder gekocht wurde, wenn du in der Nähe warst. Das hat einfach hygienische Gründe. Apropos Essen. Ihr wolltet ja heute nichts mehr essen. Also, für mich ist das Thema Essen heute auch passé. Ich mach wieder einen Tag Null. Das ist eigentlich eine schöne Sache, so Intervallfasten. Jeden Mittwoch verzichtet man komplett auf die Nahrungszufuhr, weil man sich bummsti anhört, wie er dem Cola-Bärchen seine ekelhaften Fantasien erzählt. Und dann schüttelt es ein. Ach, nein. Ja, das würde ich sagen, war es für dieses Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit irgendwas. Ich weiß es selbst noch nicht. Und bis dahin würde ich behaupten, möge das Matt mit euch sein. Egal, ob es noch in der Gefriertruhe ist oder aufgetaut wird. Und wenn ihr Bolognese draus machen wollt, dann macht das. Cheerio, Miss Sophie. So, schön gemacht. Das war's. Morgen ist nichts mehr. Tschüss.